In diesem Video erkläre ich euch in 60 Sekunden, ob unsere Kompressionsbandagen auch in Verbindung mit Transportgamaschen getragen werden können. Ganz klar lässt sich hier sagen, dass es präventiv optimal wäre, sogar unsere Kompressionsbandagen unter den Transportgamaschen zu tragen. Weil es liegt an dem, dass natürlich dieser Lymphfluss deutlich erschwert wird, sage ich jetzt mal, wenn das Pferd wirklich dauerhaft auf einer Stelle steht. Das heißt, bei langen Transporten ist es ja definitiv der Fall und unsere Kompressionsbandagen sorgen dann dafür, dass dieser Lymphfluss aufrechterhalten wird bzw. angeregt wird. Das heißt, diese Flüssigkeit kann sich gar nicht in den Gliedmassen ansteuern und die Beine bleiben wirklich während dem Transport optimal versorgt. Wenn du weitere Fragen zu unseren Produkten hast, helfen wir dir gern weiter. Du kannst dich per E-Mail als auch per Telefon bei uns melden. Wir freuen uns auf dich!